Das Systemupdate für die PS5 ist jetzt endlich da und jetzt ist auch endlich der Slot freigeschaltet für die SSD. Kurz vorab, falls ihr euch wundert, wir sind heute nicht zu Hause, sondern auf der Sim Racing Expo unterwegs am Nürburgring. Deswegen heute auch die Aufnahme draußen, denn drinnen muss man natürlich nach wie vor Maske tragen und wir haben uns gedacht, das sieht nicht so schön aus. Auf jeden Fall PS5 Systemupdate ist das Thema. Ja, also endlich können wir M2-SSDs an der Playstation 5 benutzen. Hurra, hurra und es funktioniert erstaunlich problemlos. Ich hatte jetzt bisher, ja doch bis auf einen Fall natürlich, keine Probleme. Also Einbau und so weiter ist alles problemlos und ich hatte eben nur einmal das berühmte Problem der Überhitzung, weshalb ich ja auch ab jetzt sage, hey, wenn ihr euch eine SSD holt, holt euch eine mit Kühlkörper oder baut euch einfach im Nachhinein einen Kühlkörper dran. Die gibt es ja für ein paar Euro, also ist das eigentlich ganz easy. Es wird ja von Sony auch empfohlen, einen Kühlkörper zu nehmen. Wir haben das jetzt einfach mal getestet. Es geht ohne Kühlkörper nicht so gut. Auf jeden Fall den Kühlkörper unbedingt mit einbauen. Das Thema ist noch die Frage, Aufkleber ja, nein, runter machen ja, nein von der SSD, bevor man den Kühlkörper anbaut. Das habe ich jetzt mal so, mal so gemacht. Bei der WD Black habe ich den Aufkleber weggemacht und bei der Samsung SSD habe ich ihn dran gelassen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Aufkleber wirklich so sehr dämmt oder eben, weil er eben hier metallische Basis hat, dass er das trotzdem weiterleitet, die Hitze. Ich würde sogar sagen, kann man dran lassen. Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass manche Hersteller sagen, wenn man diesen Aufkleber entfernt, dann verliert man damit die Garantie. Also überlegt es euch gut, ob ihr das macht. Ja, absolut. Ansonsten gab es ja noch mehr an Änderungen. Es gab ja noch vor allen Dingen 3D-Audio für Fernseher. 3D-Audio gab es ja schon länger für Kopfhörer und jetzt hat Sony eben, will ja Sony das auf verschiedenen Plattformen machen. Also nicht nur auf Kopfhörern, sondern TV-Lautsprecher, Soundbars und so weiter. Und aktuell gibt es das Update, dass jetzt TV-Lautsprecher auch 3D-Audio haben. Und das funktioniert so halb, ich würde es mal sagen, weil man kriegt keinen echten Surround-Sound. Das geht einfach nicht. Man kriegt aber so eine gewisse Tiefe. Also so nenn es ich immer. Also sprich, man hat so eine gewisse Tiefe. Ja, Raumtiefe. Raumtiefe, genau. Also der Sound kommt quasi näher an einen oder weiter weg. Aber es ist kein Surround-Sound, den man plötzlich hat. Nichtsdestotrotz, definitiv ausprobieren an eurem Fernseher. Und guckt einfach mal, wie es bei euch so funktioniert. Weil das wäre auch natürlich interessant. Was uns auf jeden Fall interessieren würde, ist, wie ging es euch mit dem Update? Habt ihr es jetzt schon abgedatet? Habt ihr eine SSD eingebaut? Und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie lief es? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Kurz zum Schluss würde ich gerne noch ganz kurz so Simracing Expo, wo wir gerade sind. Genau, am Nürburgring, in der Eifel. Und schönes Wetter hier. Ja, verrückt, dass es hier schönes Wetter ist. Was ist denn los? Keine Ahnung. Nein, also es wird hier alles rund um Simracing ausgestellt. Und es fängt an mit Simrigs, mit Pedalen, mit Lenkrädern und so weiter. Alle größeren Hersteller sind vertreten. Zum Beispiel Fanatec, Heusinkfeld und so weiter. Genau. Nichtsdestotrotz eine recht überschaubare Messe. Aber wer darauf steht, definitiv. Läuft aber jetzt quasi ja nur, oder die war ja jetzt schon. Und deswegen, aber ist jährlich, findet die Stadt am Nürburgring und es ist halt wegen der Location natürlich auch immer wieder schön hier zu sein. Genau, also direkt an der Rennstrecke. Der legendären Rennstrecke. Und mehr darüber erfahrt ihr auf meinem Kanal. Darf ich ja Eigenwerbung machen? Ich mache ja Eigenwerbung für dich. Also mehr darüber zur Simracing Expo dann auf meinem Kanal. Genau. Und ja, lasst gerne ein Like da und ein Abo und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.